Ja. Musst du jetzt aber das Wohnzimmer auch erstmal abdunkeln hier mit den Jalousien, weil das hier knallt die Sonne gerade rein. Das ist ganz schön, ganz schön hell draußen. Joa, ist kein Problem. Das, das, das wird keine Schwierigkeit darstellen, glaube ich. Wow. Ja, du meintest ja, das ist, co-op-technisch geht's da ganz gut ab, was Achievements angeht. So. Ach ja, stimmt, ich musste mir jetzt auch wieder einen neuen auswählen, ne? Genau, in der ersten hatte ich ja diesen, 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 na. Den Doktor, genau, mit der Brille. Dann das davor. Das letzte jetzt, äh, das war, mal dieser Bandana-Typ. Jetzt muss ich mir den anderen noch auswählen. Die haben aber keine speziellen Stats oder so, ne? Das ist immer völlig egal, oder? Wie du dann nimmst. Oh, es ist hell, ey, wenn ich hier abgedunkelt hab und dann geht draußen auf den Balkon und die Sonne scheint, ey, dann muss man richtig die Augen zusammenkneifen. So, Select Character, dann nehm ich jetzt mal den Russentyp. Mit der Russ... Russki-Mütze. Was? Nö, jetzt, hier, tagsüber ist sowieso kein Schweine online. Hm? Ne, den Russen hab ich auch, den mit der... Ne, ich hab jetzt den, äh... Ja, den mit der, den mit der Russen-Mütze da. Genau, ich dachte, das ist nicht... Hey, Cryo, was machst du denn um diese Uhrzeit schon da? Hast du frei, oder was? Das ist ja witzig. Ja. Du sagst, es ist keiner online, aber... Ja, ich weiß. Ja. Ja. Ach, du hast Pause. Okay. Mittagspause. Cryo hat Mittagspause. Noch drei Minuten. Ja, das ist ja cool. Was machst du denn? Was arbeitest du denn? Also ich zum Beispiel, ich hab zum Beispiel montags bis Mittwoch kann ich immer tagsüber schön hier rum relaxen, weil dann muss ich mich erst um 18 Uhr zur Arbeit. Das ist immer ganz gut. Und Marco hat heute frei. Ne, was hast du? Doch, du hast... Ne, du bist krankgeschrieben noch, ne? Krank geschrieben und Games zocken, ne? Genau. Das ist... Ach, Zombie-Army hast du auch? Ja, ich hab's mir hier von Verleihshop mal ausgeliehen. Weil bei uns auf Arbeit haben wir das... Da haben wir das leider nicht mehr. Deshalb musste ich mir das anderswo besorgen. Ne, ich glaub, Cryo hat das auf dem PC, oder? Cryo, du hast es auf dem PC bestimmt gespielt, ne? Hm? Ich glaub schon. Ich glaub, der hat keine Xbox. Ach so, doch mit einsteigen. Ach, hast du doch ne Xbox? Ja, heute Abend spielen wir mit. Also, heute Abend spielen wir auch nochmal. So ab halb elf, viertel vor elf. Könnten wir arrangieren. Orangieren. Muss mir da mal deinen Xbox Live Game Attack. Ach so, ne. Okay, vergessen. Können wir vergessen. Ne, er hat Xbox. Äh, er hat PC, mein ich. Ja. Ja, schade. Ich bin ready. Äh, ach so, Y, ne. Toggle. So. Du hast es auch auf PS4. Ja gut, aber wir spielen auf Xbox One. Ich glaub, das ist nicht, äh, Cross-compatible online. Ich glaub, das geht nicht. Ja, ich, ich nehm wieder, ich nehm wieder die, die Mosin-Nagant. Mosin, Mosin-Nagant. Ja, ist echt schade. Sonst hätten wir echt mal hier zu dritt mal ein bisschen Zombies schnitzeln können. Nazi, Nazi-Zombies schnitzeln können. Ja, Cry, dann viel Spaß noch und einen schönen Feierabend nachher. So. So, ich kann noch laut machen jetzt hier. Komm, jetzt mach mal hier auf. 57, 56. Jetzt höre ich auf, von wo die Zombies kommen. Tschö. Gut. Ja? Aha. Oh, warte mal. Die kommen von da oben. So, ich zoome mal ran. Mal sehen. Vielleicht krieg ich ja einen. Boom, Headshot ganz von hinten. Ach, die wackeln aber ganz schön, ne? Achievement. It's just a flash wound. 200 von 1000. Ne. 200 von 1000. Ja, oder Headshots, ich weiß nicht. Nö, Headshots glaube ich nicht. Ich glaube, allgemein Zombies jetzt. Ja. Hast du keine Jalousien, die die Sonne richtig weghalten? Ich habe solche komplett verdunkelbaren. Achso. Da oben. Na, den habe ich. Boom. Ich nehme die, ich nehme die, ich nehme die da oben mal, mal vor, ne? Oben. Die da oben da, die da oben auf dem Balkon gelaufen sind. So. Ach, man kann hier wieder die Corpses looten. Was für ein Gameclip. Achso. Ja, ich glaube, ich habe das bei mir, ich habe das bei mir deaktiviert, weil ich da irgendwie keine Lust habe. Ich weiß nicht, also auf jeden Fall, ich habe jetzt schon seit Ewigkeiten keinen Gameclip mehr automatisch aufgezeichnet. Also ich denke mal, ich habe das irgendwie, irgendwie aktiviert, äh, deaktiviert. Oh. Der ist nah. Ein Messer wäre ganz cool jetzt, ne? Wenn man irgendwie so ein, so ein, so ein Messer hätte. So. Search Corps. Achso. Ach, jetzt drehen die Katzen hier wieder am Rad, weil ich hier das, das, das Licht, denen das Licht weggenommen habe, hier. Ja. Ich versuche dann immer da, hinter die, hinter die Jalousie zu kommen und, äh, da gibt es hier immer, gibt es hier immer Terz. So, das ist ein Motto, ich will, ich will zur Sonne. Weißt du? Und auf der Fensterbank ist es eigentlich immer nur Plan. Homer und Zoe. Ich bin mit keine Shotgun hier. Ja, ich hol's dir mal wieder. Warum? Nein, will ich es nicht. Ja. Sehr schön. Ja, ja, ja. Gut, dass du es nicht gemacht hast. Natürlich. So. Ich bin schon wieder low mit Munition hier, was die Shotgun angeht. Moment, das ist meiner. Ey. Um. Ja. Für alles? Ich habe jetzt mal die MP44 eingesammelt. Mal sehen. Das ist ja ganz gut. Ja, guck mal. Oh. Der Shovel Knight ist schon wieder hinter mir her. So, die benutze ich gleich mal. Also, bei mir geht's. Ja, wie bist du da hochgekommen? Ach, hier, Treppe hoch, oder? Ne, hä? Ah, da. Mhm. Oh, Stromkabel. Du musst nicht gegenkommen. Ingenieurbüro. Mhm. Was, Durst? Lass mal. Ach so. Ja, habe ich auch. Oh. So, pass mal auf hier. Ich habe das Turret mal gemountet. Jetzt müssen nur noch die Gegner kommen. Die sind da unten. Ach, verdammt. Ja. Wer kommt hier hoch? Hm? Safer Room. Warte mal. Gibt es hier Muni? Hm. Pick up Mac. Pick up Map. Nö, ich habe jetzt die MP44 eingesammelt. Die ist eigentlich auch ganz gut. Hm. Hm. Soll ich mal in die Turret gehen? Komm, ich gehe mal in die Turret. Ist halt nur die Frage von wo die jetzt kommt. Komm, kommen die von unten? Ah ja, ich sehe sie schon. Treffe ich die überhaupt? Wird die heiß? Nee. Was? Schmeißt du da die Granaten die ganze Zeit? Äh, die kommen ja hier von der Seite. Das ist doch fies. Huah! Die muss man ja mal ein bisschen vom Hals halten hier. Weil ich kann, wenn ich hier mit einer Turret schieße, kann ich mich gar nicht... Ja, du willst mich ja... Ja, du willst mich ja nur wiederbeleben. Hahaha. Ja, klar. Ich glaube, da wirst du noch genug Möglichkeiten oder Gelegenheiten haben. Ja, Granaten? Ja, ich habe drei Stück. Hui! Die kommen hier einfach durchs Feuer gespawnt. Was? Nein, ich mache hier wieder den Türsteher. Oder den... Den Treppensteher. Pass auf. Der Türsteher. Oh. So, einen noch, dann kriegen wir ein Achievement. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Was? Ne, ich schieße hier. Ich treffe die noch nicht. Scheiße. Ja, ich bin tot. Du kannst mich gleich wiederbeleben, glaube ich. Ja. Ist toll. Ne, doch noch nicht. Ja? Ja. Fragt sich nur noch, wie lange. Ja. Ich habe gleich keine Munition mehr hier. Pass mal auf. MP44. Ich habe noch ein bisschen Munition hier einsammeln. Wann wir? Search Corps. Gut. Ich denke, we are good to go. Gibt es noch ein extra? Was gab es hier? Goldbahnen, ne? Kann man einsammeln. Was? Hab ich gesehen. So, wo geht's lang? Ach. Die haben ja ein Herz hier, ne? Die haben das Herz, das Herz am rechten Fleck. Gibt's hier alles? Oh ja, hier gibt's Musinen. Musinen-Ammo. Webley. Hm. Eine Blüsskavika. Blüsskavica. Was gibt's hier? Eine Stielhandgranate. Mhm. Ja, nimm du mal das gute Gewehr mit und, äh, dann können wir mal weitermachen hier. Oh. Ja. Geht die Düse nochmal los hier? Ne, ne? Okay. So. Door Override. Ich aktiviert. Mal gucken, was passiert. Geht doch bestimmt irgendwo ne Tür auf. Ah, hier. Ach Gott. Granate. So, hier, du kannst mich heilen, ja? Du kannst mich heilen. Oh, jetzt hab ich ein Achievement bekommen. Like a drunk, who's lost the bed. Prevented at least 20 enemies from getting up. Danke. So, die sind weg. 30? Ach. Ich bin schon 20 mal, 20 mal gestorben in diesem Spiel. Das glaub ich ja nicht. Ach so. Alles klar. Ich wollte nämlich grad sagen, weil 20 mal bin ich doch noch, noch nicht draufgegangen hier. Ja, liebe Kinder, das ist hier alles freigegeben ab, ab 6. Ich hab keine Ahnung. Nicht, dass wir nachher wieder irgendwelche, äh, 13-Jährigen oder 12-Jährigen zucken. Von wo? Das ist ja so eine Sache, die, äh, okay, das ist ja im Internet allgemein, ne? Aber da hast du ja keinerlei, keinerlei Kontrolle drüber, ne? Ja. Ja. Nö, kann man nicht kontrollieren, ne? Das geht nicht. Ja. Aber da sind sie, Gott sei Dank, sind sie da so vernünftig genug, dass sie, wenn ich sag so, ja hier, Halo und all so'n Kram, ne, könnt ihr vielleicht mal zugucken, wenn Papa da spielt, aber ich möchte nicht, dass ihr dann da halt irgendwie selbst euch da irgendwas anguckt. Weil gerade was Halo, was Halo angeht, Halo ist ja, du, ist ja, ist ja harmlos, also im Gegensatz so zu anderen Shootern, Alter, ist ja eher so Science Fiction. Naja, nee, nee. Das muss nicht sein, ne? Eigentlich wollte ich zum Stern, aber ich glaub, da müssen wir hier weiter, ne? Guck mal, hier ist was shiny. Achso. Das ist nur eine schlecht animierte Lampe. Ja. Guck mal, den klippenden, den klippenden, den klippenden Schatten hier von der, von der, von der Lampe, muss man hier herangehen und dann nicht mal, das ist, irgendwann, irgendwann sieht's komisch aus. Schattenspielchen. Ja, so, heben müssen wir durch. Nur wie kommt man da hin? Lassen wir hier rein. Ja, der kommt mir hier entgegengesprungen. Also zwei Melee-Angriffe und die sind weg, ne? So. Manual Door Override. Oh, Low Ammo. Das ist jetzt auch mal sniper. Da kommt wieder ein Shovel Knight. Oh, was war das? Granate? Aha. Sehr schön, wenn du das nächste Mal Bescheid sagst. Ja, ich weiß, du willst mich ja nur, du willst mich ja nur wiederbeleben hier. Ich merke das schon, du sagst überhaupt nicht mehr, was du hier machst. Nö. Nö. Ja. Wieso, du hast auf Far Cry, Far Cry 4 noch ne ganze Menge. Oh, du hast auf Far Cry, Far Cry 4 noch ne, 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 ne. Guck mal hier, da kommt... Guck mal hier, da kommt... Nein, 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 die waren zu schnell. Ja, ein bisschen John Carpenter-Style, ne? Das war doch jetzt auch schon extra. Du hast gedacht, ich würde da hinlaufen und hast dann direkt auf das Teil geschossen. Natürlich. Du Assi. Ja, so. Nee. Ne, da ist doch... Ne, da ist was. Guck hier. Doch, da hast du ein explosives... So ein explosives Teil ist da. Ja, das habe ich doch genau gesehen. So, safe room. Jetzt hör auf hier. So. MP40. Ja, nee, ist klar. Oh, grün. Was haben wir hier denn? Okay. Okay. Oh, ne Choo-Choo-Eisenbahn hier. Du musst nebenbei was abbeißen. Was denn? Also, du... Ist... Ach so. Da oben. Ich seh... Ja, ich... Hm. Das Gute ist... Hier ist überall... Rauch. Da sieht er mich nicht. Oder? Der ist weg. Ja, der ist weg. Warte mal, da hinten ist noch einer. Ja. Ja. Ehrlich? Ach, die springen hier schon wieder. Ja. So, der hat sich da oben teleportiert. Äh. Jetzt kommen sie hoch hier. Ihr Knallis. Wurscht, 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 wurscht. Wurscht, wurscht. Wurscht. Kann ich die hier nicht... Ja. Nö. Das ziehe ich gar nicht. Das ziehe ich gar nicht ein. Kann ich nicht. Wieso kann ich die nicht? Jetzt. Oh, der ist... Der kommt auch von hinten, ne? Von hinten werden wir beschossen hier. Aber wo? Der lacht so doof. Der ist blöd. Ich hab ihn. Ich seh ihn. Große? Da. Hast du ihn schon? Auf Trip, mein? Da schießt noch jemand. Wo ist er? Darf ich sehen. Kümmer dich mal eben drum, ist gut. Oh. Da kommt was. Okay. Soll ich pack da mal ne Landmine hin? Mal sehen. Vielleicht kommen sie ja. Jo. Wechseln sie. Nein. Kater. Bitte nicht. So. Achso. Pistol Ammo full. Ja. Braucht nur einen Tick. Das ist wieder so ein typisches Achievement für New Game Plus, ne? Hast du dich getäuscht? Ja Geht da noch ne Tür auf? Ach ne Kommen sie hier von hinten auch wieder Oh no ach so dass die tür gesperrt ist ja da hinten so eine jetzt jetzt ist es weg der faktori kommen die hier hoch oder nicht da geht es nicht hoch ich weiß gar nicht ob ich schon ich weiß gar nicht ob ich hier schon irgendwelche limbs abgeschossen hat skeleton crew kleenex clean das hat cheating wir sind die denn auch sind die episodenübergreifend also sprich ich das meine ich ja so ich glaube ui jetzt was haben wir hier so safe room munition deutsches will in polen hier kommt gleich ein großes offenes feld hier ist noch nicht für ach da stehen sie ja schon was sind die preacher bau sind in der shotgun ja hier kommt rette mich mal dann machst du wieder mit na bisschen eng hier ne ja 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 die gute doppelläufige und normalerweise würde ich jetzt Mittagsstunde schlafen hier ne ich merke das schon so nach dem Essen ja also hinlegen bisschen weiter hier hinlegen da kommt er doch gleich hat sie hat sie hat sie jetzt ja Aha. was hat er gemacht nein du meinst den und jessica chastain wo sie da ach doch den habe ich doch gesehen den fand ich jetzt aber ich fand den jetzt nicht so genau genau ja wie er gespielt hat also das hat er schon aber ich fand an sich den film an der war eigentlich ziemlich relativ würde wo willst du hin mhm da ja 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 also wirklich viel mit snipe an das spiel ja nicht mehr zu tun zumindest so wie ich hier spiel ja musst du nur noch headshots verteilen so ich hab viel kern ja guck mal da sind sie ja ja ich guck mal äh wie komme ich denn damit lang äh Hier bestimmt Nein, so ein Teil brauchen wir noch Oh Oh portland so jetzt machen wir nur noch silhouetten schau ja ja wasser ja 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Hm. Hier kommt noch was. Dreck, hier kam da gerade Munition hochgespammt. So, komm her. Komm her. Ja. Macht doch nix. Das tut du meinst, weil hier so viel kommen. Ich hab noch Granaten, aber die kann ich nicht machen, wenn ich hier verletzt bin. Ja, es glitscht hier halt. Oh, hier kommt jetzt aber ganz schön viel. Ach, ehrlich jetzt? Hier jetzt? Ja. 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 Komm schon, ne? Das war's für heute. Ja, draußen ist frei. Ja, das war's für heute. 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 Ja, auf die andere Seite mal. Wo ist er denn jetzt? Ja, aber du bist wieder. Ja, da kannst du... Ja, ja, da kannst du... 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 Was ist noch einer? Wo bist du? Hauptsache immer auf die Limps, ne? So weit war der Checkpoint weg? Ist ja echt heftig. So, ich hab's noch gleich hier. Was? So, okay. So, okay. So, okay? Hmm. Ich habe hier gerade mit der MG geschossen. Ja. Hm? Ich war hier noch ganz viele Gegner sind. Ich weiß nicht. Es zieht sich aber ein bisschen. Na? Jetzt wird es ernst. Jetzt kommen die Zombies den Turm nicht hoch, oder was ist damit? Ah ja, sag mal, wo ist der? Welchen Turm? Ach, den da. Äh, ich sehe schon. So, Moment. Sag doch, dass er kommt! Ja. Das war jetzt nur einer. Ja. Da haben wir so vereinzelt angelaufen. Ja. Das sind Dächern. Also ich habe gerade gesnipet, ne? Vielleicht hast du mich gehört. Da ist ein Elite, der da jetzt gerade kommt. Wieso haben wir oben keine Chance? Ach, achso. Und der kann auch nach oben schießen, oder was? Was? Hm? Hm? So ist er. Hm? Hm? So. So. Sein Hut ist weg. Der ist weg. Ne, der Nebel ist noch da. Ja. So. 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 Ich schmeiß mal eine Granate. Das ist mal auf 10 auf einmal. Oder auch nicht. Ein. So, vielleicht hier wieder nach oben auf dem... Aber ich hab noch eine Landmine. So, ein paar Minen gelegt. Warum kann ich das denn vergessen? Ah, lenk ihn ab. Nee, das geht schon. Nein. Sollte mal einfach durchlaufen? Wo ist denn der? Wo ist denn der Elite? Ach, das ist gut. Wo ist denn der einzige Fall? Wo ist denn derangi? Wo ist denn der Mann? Willkommen... Wie ist denn der Monat? Ebenso ... ich Nein, doch nicht. Sparta muss fallen. Ja. Du bewegst dich so gescheuert. Ich glaube, er ist weg, oder? Oder ist er noch? Nee, der ist auch weg jetzt. So, das war's doch. Horde-Mode. Plop. Play-It-Tule. Ja. Select Character. Dann nehm ich jetzt mal... Hermann Wolf nehm ich mal. So, erst mal eine Rauche, ich muss wieder wach werden. Ja, erst mal was. Sonst machen wir den Abend weiter. Ja. Was denn? Ja. Nee, kann ich nicht. Ja, nee. Toll. Weiß ich nicht. Nee, das Problem ist, dass ich so viel gegessen hab jetzt hier. fünf Burger so und dann ist man irgendwie total so... Jetzt lieg ich hier. Wiese. Ja. Ja. Wir machen heute Abend weiter. Wir machen heute Abend weiter. Ich hau mich jetzt echt noch mal ein bisschen auf so... Äh, ich hau mich echt noch mal auf so. Ja, ich muss, äh, Hermann von Wolf... Nee, wie heißt der? Doch. Hermann Wolf. Genau. Hermann Wolf und dann alle Mädels unten. Joa, dann haben wir's, dann haben wir's durch. Nee, morgen erst, wenn abends. Wieso... You are hosting this game? Warum... Wieso? Ich hoste doch gar nicht. Seit wann hoste ich? Achso. Ja, gut. Ähm, dann heute Abend so wieder Viertel vor Elf. Halb Elf, Viertel vor Elf, denk ich mal. Okay. Tschüss.